Währenddessen haben gerade Papa Platte und Rezmann gestreamt und die wissen noch nicht mal, welche Optionen es gibt, um Wasser trinkbar zu machen. Das finde ich so toll, ne? Die haben gerade ihre erste Besprechung. Die haben gerade ihre erste Besprechung. Kevin und Rezmann haben gerade zum ersten Mal ihr Leben davon erfahren, dass es so Wassertabletten gibt oder so ein Wasserfilter, wo es durchfließt. Wow. Finde ich aber auch tough, dass man so vier Wochen lang alles dafür gibt, sich nicht ein einziges Video reinzuziehen. Das ist auch stark, ne? Das ist schwer. Das ist richtig schwierig. Die haben sich aktiv dagegen entschieden. Ja, genau. Ja, das ist gut. Muss ja mal passiert sein, dass da mal irgendwas reingesplattert ist oder so. Ja, ja, genau, genau, genau. Es ist, Leute, damit ihr es klar habt, wir wünschen, dass Papa Platte und Rezmann auch die 14 Tage schaffen wie wir. Dass wir es alle schaffen, auch Knossi und Sascha. Aber dass wir den geilsten Unterschlupf haben. Es sind zwar alles Gewinner, aber dass man so sagt, okay, krass, die haben noch mal ein chilligeres Haus als die anderen. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel.